Die erste Frage, oder eine Frage, die ja im Programm gestellt wurde und auch auf der Tagung oder auf der Konferenz hier präsent ist, ist selbstbestimmte Entwicklung auch möglich? Schon bei Entwicklung ist ja immer, was meinst du mit dem Begriff? Und ich bin Mitglied einer Gruppe, die sich 2011 gegründet hat in Lateinamerika, so am Anfang als Begleitung der progressiven Regierung, also der linken Regierung, inzwischen eher kritisch stehend. Und wir haben genau das versucht zu untersuchen. Können diese progressiven Regierungen in Ecuador, in Bolivien, in Venezuela, eben auch ein Stück weit Argentinien und Brasilien, in Uruguay, haben diese Regierungen und diese Länder die Möglichkeit, einen selbstbestimmten Entwicklungsweg einzuschaffen? Können Sie aus dem ressourcenintensiven Modell, also Venezuelaöl, Boliviengas, Ecuadoröl, können Sie aus diesen Ressourcenverhältnissen? Dann mache ich den Teil jetzt kurz, dann weiter raduzieren. Also der Punkt wäre nur, wir müssen diese Frage der selbstbestimmten Entwicklung stellen. Ich möchte da ganz kurz noch einen Begriff erinnern. Den Walton Bellow, den auch viele Kenntnisse der globalisierungskritischen Bewegung vor 15 Jahren eingeführt hat. Den Begriff der De-Globalisierung. Und Walton Bellow, damals Direktor des Focus on the Global South, ein Think Tank, eben Manila, hat argumentiert, er meinte nicht Autarkie, er meinte nicht Abschottung vom Weltkrieg. Das ist immer missverständlich. Walton Bellow meinte, De-Globalisierung bedeutet, den lokalen und regionalen Konstellationen Spiele hochzulassen für eigenständige Entwicklungen. Und was der Globalisierungsprozess macht, über Freihandelspolitik, über die Finanzmärkte, auch über imperiale Politik, ist genau diesen lokalen Räumen die Möglichkeit zur Selbstbestimmung zu geben. Also heute, Stichwort Indonesien, ich klinge nicht so gut mit Afrika zum Beispiel, das müsst ihr da ein bisschen nachlegen. In Indonesien, das ja gefeiert wird als Wachstumsland und so weiter, das Wachstum in Indonesien wird erzeugen, seit den letzten 15 Jahren, über die Umwandlung von kleinbäuerlicher Produktion in große Plantagenproduktion von Palmöl für den Weltmarkt. In jedem Lebensmittel ist heute Palmöl drin, weil es billig ist, weil wir es nicht mehr vergeben. Das ist der Heim eines tollen Entwicklungslandes Indonesien und da hätte Walton Bellow gesagt bis heute, das ist Globalisierung. Und De-Globalisierung bedeutet erstmal nicht, die Subzistenzökonomie oder die Teil- und Subzistenzökonomie der Bauern und Bäuerinnen zurück. Da komme ich schon zum Schluss und zu Alternativen. Erstmal, ich glaube, es ergibt sich aus dem Gesagten, die impreale Lebensweise, eine solidarische Lebensweise zu verändern bedeutet, erstmal sichtbar zu machen und dann auch real zu verändern, wie wir hier auf Kosten anderer leben. Und zwar gar nicht so sehr moralisch oder moralisiert, sondern erstmal als Strukturmerkmal, aber dann natürlich schon auch die Verantwortung angeht, die wir individuell haben, die wir kollektiv als Gesellschaft haben. Also mein Punkt ist nicht, wenn wir jetzt alle grün konsumieren oder so nett verzichten, dann haben wir es. Sondern mir ist sehr wohl bewusst, die impreale Lebensweise ist eine kapitalistische Korruptionsweise erstmal. Aber natürlich muss sich das bestätigen im Alltag. Das Zweite damit verbunden, das ist, glaube ich, auf der Konferenz hier völlig klar, Flucht und Migration als etwas zu thematisieren, was den eigenen Sinn von Menschen hat. Immanuel ist gerade mit seinem wichtigen Buch, zur Flucht aus dem Konkur, im Nebenraum, zu verstehen und sichtbar zu machen in unserer Gesellschaft. Warum Menschen hierher kommen müssen und was die Fluchtursachen sind und dass die Angst, die vermeintliche Angst nicht auf dem Dorf in Sachsen, Bayern oder Niederösterreich ist, die Angst vor den Fremden, sondern die Angst, erstmal zu Recht bei Leben ist, die Unterlebensgewehr herkommt. Das ist eine gesellschaftliche Konstellation, wo wir immer wieder sozusagen das stark machen müssen, das sind nicht nur die Geflüchteten oder die Flüchtlinge, sondern es sind ganz konkrete Menschen mit ihren eigenen Erfahrungen. So wie auch Menschen die Erfahrungen haben. Und da werden wir nachher müssen zum Beispiel. Und der letzte Punkt, den möchte ich nochmal stark machen, weil das Buch von Andreas Kassella sehr stark macht in der Diskussion ist, Globale Bewegungsfreiheit. Ein Prinzip, das der Philosoph Immanuel Kant 1795 in seiner Buchung zum ewigen Frieden formuliert hat. Nur zwei Gedanken, die ich nochmal reingehe, die wahrscheinlich für viele in der Kant sind. Kant hat in seiner Schrift zum ewigen Frieden als großer Aufklärer zwei Prinzipien formuliert. Und diese Prinzipien sind aufgeleuchtet im Sommer 2015, als Merkel gesagt hat, das schaffen wir. Das erste Prinzip von Kant war, dass ankommende Fremdlinge, ein bisschen altbrotischer Begriff, aber der Text ist ja ein bisschen über 200 Jahre alt, die ankommenden Fremdlinge dürfen nicht feindsehend behandelt werden. Das ist der erste Imperativ von Kant. Also ein wichtiger Test, ein ehem wichtiger Imperativ. Und der zweite Imperativ von Kant, von seinem Kosmopolitismus ist, dass Menschen nicht feindsehend behandelt werden und dass sie nicht abgewiesen werden dürfen, wenn sie in Lebensgefahr sind. Und eigentlich ist Kant ja tief verankert in unserer Gesellschaft. Also an das anzugrüpfen, dass das bürgerliche Selbstbild in unserer Gesellschaft so stark sich abkantbezieht und mit so einem kraschen Argument der autoritären Wende, der Schließung unserer Gesellschaft entgegenzustehen und für was einzustehen. Und deshalb halte ich damit schließlich diese Tage und die Verbindung für so wichtig. Und manche sind hier, der Regner ist hier und viele andere, von 15 Jahren war es genauso wichtig, dass die globalisierungskritischen Wenden sich mit den Mac-Clanet-Kongressen, manche werden sich erinnern, der Globalisierungskritik und der ökologischen Frage gestellt wird. Auf vier Kongressen. Und auch hier diese Verknüpfung zu schaffen. Und mein Punkt wäre, unsere Aufgabe ist, neben der konkreten Politik mit und für Geflüchtete und mit der solidarischen Politik vor allem die Lebensweise hier ganz radikal zu teilen. Vielen Dank für die Tatsache. Ja, vielen Dank, Ulrich. Sehr, also ich habe einige, also sehr viele Punkte schon notiert, die ich denke, dass wir nachher in der Diskussionsrunde besprechen können. Wir sind ja gerade gekommen und werde ich es Ihnen gleich vorstellen, einen Hinweis, kurzer Hinweis für uns alle, mache ich immer so zwischendurch, dass wir auch denken, dass viele Menschen, nicht nur aus Afrika, momentan in diesem Moment, wo wir die Freiheit und diese Privileg genießen, uns zu versammeln, über die Probleme zu reden, dass sie gar nicht diese Freiheit haben, sich zusammen oder überhaupt zu begrühen. Und diese Konferenz, meiner Meinung nach, widme ich eigentlich diesen Heroes, diese Herren, weil da sind Leute, viele Menschen auf der Flucht, die werden immer kommen, egal wie hoch die Mauer ist. Jetzt zum Thema, Lucia Porelli ist Gründungsmitglied und Vorsitzende des Migrantenbundesverband für Migration und Entwicklung in Berlin. Ich glaube, sie arbeitet zu Themen, das Empowerment von Migrantinnen und Migranten angeht, also nicht nur, also auch zu Hause. Außerdem ist die Aktivisten im Bereich Regularisierung, Partizipation, Manifizipation, die wir jetzt auch versuchen, die Perspektive, glaube ich, der Migrantinnen und Migranten in die Diskussion reinzuwerfen. Ich freue mich, dass es da ist und ich bin gespannt. Ja, guten Morgen und herzlich willkommen an alle. Genau, ich bin die Lucia Muriel und komme gerade aus Berlin. Und ich möchte erst mal sagen, dass ich mich sehr freue, euch hier in dem Saal anzutreffen und überhaupt auf der Konferenz, auch wenn ich gestern nicht da war. Ich hoffe, dass die Konferenz nicht nur einen sehr, sehr guten Verlauf nimmt. Ich hoffe vor allen Dingen, dass möglichst viele den Weg hier nach Leipzig finden werden, gestern auch gefunden haben. Dass wir einfach auch von der Zahl richtig viel werden, viel sein und viele Leute rein werden. Und vor allen Dingen aber hoffe ich natürlich, dass die Konferenz als Raum genutzt wird, um zu diskutieren, um einen Austausch zu mobilisieren, auch Gedankenaustausch über die verschiedenen Perspektiven, die wir alle haben, die wir alle mitbringen, zu der ganzen Thematik, die Growth, Globalisierung, Kolonialismus. Weil ich glaube, das ist einer der wichtigsten Prozesse, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten hier in Deutschland sehr, sehr stark vermisst haben und vermissen. Der Austausch verschiedener Perspektiven ist eine wichtige Basis, um einen Dialog zu führen, um eine Dialogkultur auch zu installieren. Die Dialogkultur wiederum ist einer der wichtigsten Elemente, um Visionen zu formulieren, zu entwickeln, für unsere sehr, sehr komplexe Gegenwart, aber vor allen Dingen auch für die Zukunft. Und an die Zukunft müssen wir heute tatsächlich schon sehr intensiv denken und sehr intensiv damit beschäftigen. Es gibt keine Visionen, es gibt keine perspektivische Arbeit für die Zukunft, wenn wir uns nicht genau mit unseren gegenwärtigen Verhältnissen auseinandersetzen und wenn wir nicht auch den Mut haben, den Blick auf die Vergangenheit neu zu konstruieren. Das ist erstmal vielleicht zur Einführung, was ist meine Position, von wo sozusagen, von welcher Position aus komme ich heute hierher und spreche. Meine Ausgangsposition ist die Dekonomisierung. Das ist bei aller Sympathie, die ich auch hebe, für die Degrowth-Bewegung oder auch die Journalisierungskritik. Natürlich bin ich auch ein Teil davon, von der Kritik. Auch selbstverständlich an dem Imperialismus, den wir erleben, an dem Koronialismus, Neokolonialismus, Postkolonialismus, wie man das auch nennen mag, den wir erleben. Aber in erster Linie, denke ich, sollten wir uns vornehmen, das ist mit ein Versetzen nicht getan und auch nicht mit einer Konferenz oder auch nicht mit zehn Konferenzen, aber wir sollten uns wirklich vornehmen, uns der Dekonomisierung zu widmen. Und die Dekonomisierung beginnt interessanterweise in uns selber. Die beginnt damit, wie wir auf die Vergangenheit gucken. Und die beginnt auch damit, wehen wir Einbeziehung in den Blick auf die Vergangenheit. In anderen Worten, wir brauchen eine dekoloniale Geschichtsschreibung. Wir brauchen eine dekoloniale Erinnerungskultur. Ich weiß, ich bin ja sehr wohl in der Reihe von vielen, vielen Aktivisten, die das schon auch seit Jahrzehnten mobilisieren, organisieren, voranbringen, diskutieren. Aber hier in Deutschland stehen wir ein bisschen, sind wir nicht so sozusagen fashion. Wir sind ein Stück weit außerhalb dieses Streaming, dieses Diskurses. Aber genau das ist im Prinzip das, worüber ich sehr gerne mit euch in diesem Vortrag diskutieren möchte oder in dem Beitrag diskutieren möchte. Warum ist die dekolonisierung so eine zentrale Voraussetzung für alles, was die Degrowth-Bewegung implizit möchte? Und ich bedauere, dass das nur implizit ist. Es ist nicht wirklich das Ziel der Degrowth-Bewegung. Es ist nicht wirklich das Ziel der Globalisierungskritik. Die Dekolonisierung beinhaltet vor allen Dingen Themen wie White-Secondation und Rassismus. Rassismus und zwar im Sinne von einer weißen Kontinuität, die die gesamten letzten 500 Jahre dominiert. Das ist eine Kontinuität, mit der wir aufräumen müssen. Und ich bin, ich habe mich jetzt in den letzten Tagen, in der Vorbereitung zu der Teilnahme an dieser Konferenz, noch mal stärker damit beschäftigt, was wird in den Theorien, was wird in den Ansätzen, in den neuen Konzepten, also sogenannte neue Konzepte diskutiert. Und mir ist aufgefallen, dass der Blick auf diese weiße Kontinuität von Ausbeutung, von Kolonialismus, von Imperialismus, von Raub der Ressourcen, überall da, wo sie zu finden sind, alles das, was gebraucht wird, nur aufbaut auf diese White-Secondation, auf diese weiße Dominanz und eben damit, und zwar auf der Basis vom Rassismus. Auf der Basis vom Rassismus werden die Beziehungen auch unter uns so bestimmt und zum Teil auch so weit aufrechterhalten, damit diese Kontinuität von Privilegien, die Kontinuität von Hierarchie, von Horizontalität unter uns auch aufrechterhalten wird im Prinzip alles das passiert, was passieren muss, damit es aufrechterhalten wird. Zum Thema Migration und Flucht gibt es aus der regionalisierten Perspektive eigentlich nur zu sagen, dass wir einmal beginnen müssen, Migration als den Normalfall unserer Zeit zu sehen. Es gibt nicht eine Migration, die man mal so, mal so betrachten kann, mal gut, mal schlecht, mal problematisch, mal doch gewünscht. Wir müssen einfach lernen, davon auszugehen, dass Migration der normalen Fall unserer Zeit ist. Und erst wenn wir anfangen, das auch so zu betrachten, werden wir feststellen, dass wir in einer Zeit leben, in der die Menschenrechte und gerade die Degrowth-Anhänger und die Kritiker der Globalisierung und so weiter, sie sind sehr aktiv in der Verteidigung von Menschenrechten, auch mal hier, mal da und mal hier weniger und mal dort mehr. Das muss man auch genau betrachten. Aber dass da der Blick für die Verteidigung und die Sicherstellung von der Menschenrechte, von Menschen in Migration und in Flucht aus den Augen verleumtet wird, aus dem Blick geraten. Die Menschen in Migration und in Flucht, in denen stehen exakt die gleichen Menschenrechte zu, in der Qualität, im Umfang, in der Tiefe und im Ausmaß, wie wir auch selber für uns in Anspruch nehmen. Es kann nicht sein, dass Menschen, die das Privileg haben, hier geboren zu sein, im Norden geboren zu werden, dass ihnen die Menschenrechte mehr gehören, als die Menschen, die sich auf den Weg machen, egal von wo nach wo, von Süd nach Süd, von Süd nach Nord oder von Nord nach Süd. Das ist ein Punkt. Der andere ist auch, dass wir auch diskutieren müssen, untereinander diskutieren müssen, dass wir auch damit erst einmal aufhören müssen, die Migration als eine Belastung zu sehen. Wenn wir uns genau anschauen, ich habe leider heute nicht die Zeit, aber ich würde mich gerne auch noch einmal in anderen Zusammenhängen mit euch da diesbezüglich zusammenzusetzen, aber wir könnten jetzt, wenn wir die Zeit hätten, ein Brainstorming machen und auch ein Flipchart mal sammeln, wie viele, wie viel Gewinn, wie viele Vorteile, wie viele Wachstumsanstöße, wie viele Entwicklungen durch die Migration nach Europa gekommen sind. Was genau aus Sachsen wäre, was genau aus Leipzig geworden wäre oder geblieben wäre, gäbe es nicht die Migration. Es wäre wirklich keine Wähler, die wir uns heute wünschen möchten. Das heißt, das ist in erster Linie zu betrachten, was gewinnt diese Gesellschaft, gerade Europa, durch die Migration, durch die dadurch sich verwurzelnde Vielfalt. Es ist nicht eine Vielfalt, weil heute so und so viele People of Color hier im Raum sitzen und dann gehen wir wieder raus. Wir verwurzeln uns hier. Wir sind hier der zweiten, dritten, vierten Generation, bestimmt noch länger, als das mir selber bewusst ist. Und das macht einen Riesenvorteil aus. Das heißt, es werden Kriege geführt seit 500 Jahren, kolonialistische Kriege, imperialistische Kriege. Und ich bin mit dem Übergriff, ich komme aber gleich noch dazu, imperial auch nicht einverstanden. Es sind imperialistische, kolonialistische Kriege, Weltüberfälle, Besatzungen. Die werden umgesetzt, um den Zugang, den kostenlosen, einfachen, mühelosen, barrierefreien Zugang zu allen Ressourcen zu bekommen, die man braucht. Und hier sind wir sozusagen auch als Migranten, Migrantinnen gekommen. Und auch hier sozusagen bringen wir noch einmal eine Reihe von Vorteilen, mit der aber der Rassismus es möglich macht, dass diese Vorteile nicht als solche bewertet werden gesellschaftlich, nicht als solche wertgeschätzt werden, sondern umgekehrt einfach die Perspektive umgedreht wird, und wir als belastende Faktor, als belastende gesellschaftliche Faktor, wagen nun mal. Das ist eine Perspektive, wenn man sich auf den Kopf stellt, kann man das umlegen. Aber da wir nicht mehr auf den Kopf stehen wollen, sondern auf den Füßen, mit dem Füßenkontakt zur Erde, werden wir diese Blick, diese Perspektive korrigieren, muss man auch. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe, ich möchte deshalb noch, habe ich noch eine Sorge? Fünf Minuten. Also es ist immer besser, jemanden zu haben, der meine Zeit kontrolliert. Also einmal genau als Anregung auch für die Diskussion möchte ich gerne hier lassen, wir können und dürfen den gesamten gesellschaftlichen Zusammenhang von Rassismus in keinster Weise und zu keinem Moment irgendwie aus unseren Rollen, aus unseren Diskursen verlieren. Wenn wir, würden wir das tun, würden wir sozusagen in bestimmter Weise die gleiche weiße Kontinuität auch verankern und absichern. Das kann nicht sein, das kann nicht unser Ziel sein, das kann nicht unser Interesse sein. Warum ich das auch sage, ist, dass mir einfach der Begriff, der Mangel, dieser Begriff und der Auseinandersetzung damit in der Vorbereitung von vielen Beiträgen hier auch sehr gefehlt hat und sehr aufgefallen ist. Genauso mit dem Begriff Imperial. Ich finde, dass man heute von einer imperialen Lebensweise spricht und wenn man dann anfängt, von der imperialen Lebensweise zu sprechen, dass dann sozusagen auch mit Grandemikrantinnen aus dem Süden und dass auch der globale Süden dann auch in diesem Blickfeld gerät. Und ich möchte nur ergänzen, dass wir von einer Wende, also Imperial hat sicherlich mit dem Blick zu tun, dass wir von Imperien beherrscht werden, aber es geht um eine imperialistische Politik, es geht um ein imperialistisches Gesellschaftssystem, in dem wir uns bewegen. Das ist deswegen wichtig, dies zu betrachten, weil erst diese Imperialismuskritik erlaubt uns den Blick auf oben und unten, auf reich und arm, auf draußen und drinnen und auch auf schwarz und weiß. Und das ist tatsächlich in der Tat für aus meiner Perspektive sehr wichtig, weil wir nicht vergessen können, dass wir heute eine Einwanderung von vielen oder auch von Menschen, überhaupt, ob viel oder nicht, aus dem globalen Süden nach Europa beobachten, die genau aus den Ländern kommen, in denen Belgien, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Deutschland in den letzten zwei, drei Jahrhunderten, das ist noch gar nicht so lange, das müssen wir nicht vergessen, wir reden nicht von Jahrtausenden zurück, sondern in unserer Gegenwart die brutalsten Verbrechen begangen haben, nicht nur, weil sie vielleicht menschlich und psychisch sich pervers entwickelt haben, sondern weil es eben um die Sicherstellung ihrer Ressourcen ging, weil es darum ging, den Reichtum für den Norden zu sichern, und zwar so zu sichern, dass hier keine Probleme auftauchen, dass hier keine Armut, keine Mangelerscheinung, keine Hungerkatastrophen und so weiter zu beklagen sind. Die, ja, genau, also einfach, genau, nochmal dieser Hinweis auf die historische Betrachtung, nicht nur woher der Reichtum kommt, sondern wie dieser Reichtum entstanden ist, um da wirklich sehr genau zu analysieren, wie war das möglich, dass der Reichtum hier akkumuliert wurde in den letzten Jahrhunderten und woanders die absolute Armut hinterlassen worden ist. in der Sprache, ich hatte auch in der Vorbereitung den Hinweis bekommen, wie sollen wir auch in unserer Sprache genauer sein oder ein bisschen diskutieren, müssen wir auch, meiner Meinung nach, sehr stark uns auch damit beschäftigen, es wird viel von dem Kampf gegen die Fluchtursachen gesprochen, ja, da einfach schauen, wo ist das eigentlich mit der Ruhrung, diese Ursachen von Flucht wirklich begonnen, gegen wen müsste man denn da eigentlich kämpfen und gegen was. Da denke ich auch, gibt es im öffentlichen Diskurs, auch in den kritischen Diskursen, eine Reihe von noch lange nicht ausgereiften Blicken und Diskursen, auf die wir stärker achten müssen und ich hoffe und jetzt sehr viel Erwartung dabei, dass wir darüber auch in der nächsten Zeit diskutieren werden können. Vielen Dank.